Was ist alles, ich kam hier rein, dann die Klinik, die Freundlichkeit, die Sauberkeit, die Hygiene, die Materialien, das habe ich schon alles gesehen, als ich reinkam, das ist perfekt. Ja, also hauptsächlich natürlich der Preis hier in der Klinik Dentaprime. Der Preis ist natürlich maßgebend, ich denke fast für alle Patienten, die hierher kommen und der Preis und die Leistung, die stimmen hier einfach. Dentaprime Klinik hat sich mein Leben schon verändert, ich habe wieder Zähne, die man sieht, schöne weisse Zähne und ich hatte ja vorher gar keine Zähne mehr fast, sind ja alle abgeschliffen, weil ich knirscher bin, so Presser. Und jetzt habe ich wieder schöne weisse Zähne.